Nix da, Alter, ihr kommt wieder her Ja, die gucken jetzt hier neben mir Fernsehen Achso Na gut, dann kommt halt nachher Nee, nix da, jetzt, komm Jetzt sind sie weg Boah, was für Pussys, Alter Ein Aram-Game ist doch viel spannender als so ein scheiß TV Sack, das ist ne Frau, Alter Tö, die guckt wahrscheinlich den ganzen Tablet Den ganzen Tag nur Teleshopping Ja, die ist sowieso heute total aufgebracht Keine Ahnung, kotzt mich sowieso an Dum dum dum, da hat der Irgendjemand hat kassiert Irgendjemand hat richtig kassiert Hm? Ohohoho, Luchs Oho No! I kill you Die ist weg Akali ist drüben Fuck, Alter Das war ein Schwein, ey Oh, dieser Silence kotzt so an Oh, aber richtig, Alter Ist aber auch ein Angry, äh Ja Haha, die Lux kassiert Haben die irgendeinen Stun oder so? Ne, ne? Interrupt 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 Mit, ähm, ja Der Shogart wollte ich grad sagen Nein! Na, ich hab die Akali getroffen Statt den Scheiß Garen Stand wohl in deinem Gesicht, würd ich mal vermuten Ja Die Akali ist weg Hm Das wird ein spannendes Game, würd ich mal vermuten Echt, für Nüsse? Ähm Diesmal, äh, gehen die uns richtig nämlich auf die Nüsse Pohohoh Der Garen hat noch 40 life Ja, der wird sich jetzt aber hochregen Ja Das Schild backt bei mir grad Mal schauen, ob ich den Garen kriege Huh Die sehen dich Warum? Keine Ahnung Liegt da vielleicht irgendwas dran? Wie denn? Läu Ja, irgendwie wagt das ganze Spiel grad bei mir auch rum Oh, ins Gesicht, ey Richtig mies So, kein Mana mehr Komm, gib mir's Level Machen wir auch mein Schild hoch Ja Stun Duration ist sowieso nicht sonderlich hoch bei, äh, Riven, deswegen Oh, ja Das, das bringt's Nächster Kater Ah, du bist so ne Tusse Hat noch 3 Healpots, kein Mana Da hätt ich sogar mehr gebraucht Ha Nehn dir auf Face, Garen Eigentlich müsste dir die, ähm Sora-Kamana geben, wenn ich mich nicht irre Ja Und jetzt sehen wir die Akali sogar Aber tut sie nicht Aber tut sie nicht Ins Gesicht Da ist ne Akali Ne, irgendjemand hab ich getroffen Oh Gott Diese Range Fuck Shields ist noch rausgegangen Ich überleg grad, magisch oder physisch, magisch ist es Nein, die haben eher Magi Nehm ich direkt Tenacity Boots raus Was ist eigentlich mit diesem Wettbewerb, wo du jetzt Naja Irgendwann werden die Videos freigegeben Sind die schon gemacht? Ja Ich musste letzte Woche unter Zeitdruck machen, weil ich ja eher ab Donnerstag bis Was hast du gemacht? Happy Wheels Okay Also wir mussten Machen aus drei vorgegebenen Spielen Und bist du gut auf Zuversicht? Keine Ahnung Ja, aber es solltet ihr sicherlich ein paar Abonnenten reinrauen I don't know Hoff ich doch Ich hoffs auch Weil es klang eigentlich gar nicht so übel, so ne Idee Ja, ist nicht schlecht Falls ich auch mal groß bin, mach ich vielleicht auch mal sowas Oh, wenn ich groß bin Wenn ich groß bin Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Spießer werden Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Spießer werden Oha Oha Puh Garen Ulti Ja 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 Der Puma ist ja noch stärker als Ist ja noch stärker als der Speer hier Eigentlich schon, wenn du es gut ansetzt Ich bin Pony da Ich bin Pony da Bei meinem Kumpel kann ich das bestätigen bei dir, weiß ich noch nicht Hehehe Ähm Die Akali hab schon getroffen Drayshen, ne ich mach mal auch cool Und so Was war das denn für'n Ansatz? Hm, leerlauf No Mana No Mana Hehehe Wie die mich jedes Mal angreifen und dabei sterben Ich find das sehr amüsam Also kannst du dir mal Mana geben, du kackst, Uraka Frag doch mal Puh, soll die schön selber ausfinden Ich bettel nicht um das Mana, aber es ist wesentlich einfacher dann Oh Gott, das ist ein dummer, guck mal Kein AP? Ne, das ist ein Madrid Guck mal Fuck Wurde genomnomt Hehehe Finale Mit Nomnom Das ist mies Das versteh ich nicht Lux Ulti wird Im Deutschen angezeigt Im Englisch Game Ja, ne Finale funkeln, so heißt das auch In der deutschen Version Äh, in der englischen Alter, könnt ihr mal was machen oder so? Cock, du feiges Stück Da ist aber noch ne Akali drin, ne? Ne Doch nicht Da war doch einer drin Ist weg Tup, 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 tup Nein, nein Ha, ist dann Loll Kauft sich die Karte ein Kargis Wie dumm ist das denn? Kommt der nicht Kommt der nicht Ich hätte lieber instant, äh, ein Hextech gemacht und dann Leboots und dann Revolver oder so Hahaha Ich überleg grad mit meiner Ultien Choga zu killen Dafür, dass der mich genommen und hat Alter Ich hasse es, die Massen zu tanken Ah, du, das glaube ich dir Ja, aber wenigstens Kann ich diesmal mit Grund tanken Ohohohoh Das mieser Speer Der ist tot Komm her Die ist links Ja So ne feige Tusse Komm lieber zurück Alter, wie die nochmal ein Heal triggert Ich glaub es stummt Wie der alte Sack da nochmal was raushaut, ey Da ist noch eine Lux links drin, ja Ja Juh, bald Traps hinlegen Er hilft dir gegen Akali Die ist immer noch hier drin, ne? Mann, du hast grad Mana bekommen, das hab ich gesehen Boah, geilo Dafür geh ich mir trotzdem nochmal die Healdinger holen Wie die mich halt sehen, obwohl ich Eigentlich schon, ne? Das ist peilig irgendwie nicht Wie schafft die es mich zu sehen? Nein, irgendwie schaffen sie es Nein, falsche Richtung Hallo, ich bin da grad reingedodged Nur mal so als Nebenin Ja, Ignite Plus Doppel-Ulti schon wieder Der like you Wen? Dich Warum? Warum wohl? Also der war echt verdammt offensichtlich Da ist Akali Ja, genau Hättest du nicht getroffen, der wird zu lang sein Nein Ich hab keinen Mana mehr Kann jemand bitte aufhören den Tower zu tanken? Gottes Namen Halbe Stunde im Tower stehen Ich weiß, dass die Akali hier war und jetzt? Ich hab grad ihre Ulti interrupt, wie nice ist das denn? Haha Ich geh mal die Heal-Dinge holen Mal gucken, ob das auffällt, wenn ich hier stehen bleibe Nein, eigentlich Nicht Gar nicht Man sieht sich auch gar nicht Warum hab ich jetzt schon wieder ne Kneid auf mir? Was wollen diese Leute von mir? Die leben nicht echt Soraka wurde geultiht Nein Komm schon Komm schon Komm schon Ja Ja Nein Seh grad Shield 0,1 Sekunden drücke ich, aber hat nicht gereicht So Ein Piss Ja Du tust mir leid Obwohl die Luchs nen Kelch hat So, ich mach jetzt erstmal mal Mortius fertig Ja Ich mach jetzt Schon geil, dass die nen Hextrinker weitergemacht haben, so muss ich sagen Ja, find ich auch ganz gut Jetzt kauft man sich wenigstens das Item mal Wenn die jetzt noch Ruf des Hankers oder so umarbeiten, dann wärs glücklich Ja Oder die anderen GP5 Items Oh Nein, nur die, die der Crit hat Ja, den Äh, wie heißt denn der, äh Äh, klinge der Harpky of the Edge Genau Ich glaube, den kann man nicht weiter ausbauen, ne? Nein Na Das können sie ja irgendwann noch ändern Und die sollen das von Crit auf AD umändern Hahahaha 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 Gleich ist die Agro Na Hahahaha 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 Fass wir sind in den Sperreing gelaufen Hahahaha Hahahaha Der Schild hat dir nicht hier gebracht Ich fasziniert, dass unser Tower noch steht Ja, ne? Oh man Na lol Also ich mach den Tower hier fertig Ich unterstütz überall mal Ich hab mir den Kill aber jetzt noch geholt Nix da, nom nom nom, alter Nein, er hat mich doch genommen, nom nom Kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn, oh Wie dann? Wie dann? Wie dann? Oh mein Gott Na? Ulti doch, du bist so denklich Ja vier Sekunden! Nein, nicht du! Achso, Kata Ich meine die Kata, ja Bei mir waren es noch vier Sekunden Ja, ich weiß Dann noch Frozen Mallet Und dann war's das mit Weglaufen Ja, ich hab ein Voidstuff und Mal ein bisschen mehr Cooldown Reduction Mal nach deinem Kram Spicke Jojo, Friendly Codex Läuft Was machst du hier aus dem Ding? Mh, Morellos Achso, gut Schönes Item eigentlich Hab leider nicht genug Geld gehabt dafür Leul Dann schießt mich halt ab Ich bin hier! Wie ich halt mit Hälfte live noch rauskomme Nein! Ich bin direkt rausgesprungen, aber er hat mich auch noch getroffen Ich hab die Lux hier Naja, die haben mich halt getötet, würd ich sagen Naja, und trotzdem gewonnen Ja Astreine Situation, so öffnet man einen Kampf Man rennt alleine rein, kommt wieder raus Und dann nochmal rein Ich glaub, das hat uns beim ersten Game ein bisschen gefehlt Zu oft gestorben Ich hoffe, die leben gleich Ja, die leben wieder Gut, dann können sie das wenigstens nicht beenden Ich möchte noch ein bisschen was machen Jetzt höre ich mal an Morellos auch Mh, der Kogmar ist nicht der Beste, man merkt das Macht seinen Q-Spain nicht direkt Er macht nicht mal AP irgendwie, um die zu Harris mit dem Q Äh, mit dem R Ja, AP lohnt sich hier halt mehr Aber ich bin immer noch der Meinung Äh, AD, Krit, Kogmar haut trotzdem gut Der macht dir null Schaden, ey Ja, das liegt an Morellos Phantom Rush Und das sind die meisten Deppen Die halt so Kogmar spielen Das ist halt bisschen dumm Die müssen dann Q-Instant setzen, aber das tun sie nicht Boah, fuck Boah, fuck Guck dir die Akali Hälfte live einfach mal weg Ich hätte mir den Gig ins Feld holen sollen 1045 Schaden auf Shogart 1045 Schaden auf Shogart Die wollen also sterben, oder? Und ich hab die Akali, ich hab die, ja, Akali getroffen Ich hab grad, glaub ich, der, ne hab ich nicht Oh, fuck Oh, fuck LOL, Alter, wieviel Damage die Akali raushaut Wir haben grad nen Quad-Fahrt Hier, hier, hier War tot Ey, die Akali macht sofort irgendwie Schaden Es ist abartig Ich hab doch die gesagt, die Akali drückt Wegen Schi, äh, wegen die Ha, ha, ha Egal, Frozen Jetzt sowieso vorbei Ja, fuck Oh, ich hab meinen Namen gesagt Oh, ha, ha Hast du lustig? Ah Ne, es ist jetzt definitiv ein Finish, wenn wir durchgehen Ja Außer wenn ich sterbe und Die gehen noch richtig wieder Ähm, so stark kannst du die jetzt gar nicht mehr feeden Klar Lassen wir 20 Minuten und dann In 20 Minuten, das Ding ist vielleicht in 2 Minuten um Ne, warte 20 Minuten, dann ist das Spiel vorbei Für uns Auf nahe Distanz 1000 Schaden auf dem Minion Puh 2000 auf Full Range Dem füge ich nichts hinzu Ah Blöde Bitch, äh Hey, der hat mich genommen, Norm Wie uncool ist das denn? Warte, die Akali Ich hab Angst vor der Akali Ich hab irgendwie immer noch keine Ahnung Ist wieder nach mir spät? Verpiss dich, du Hure Ne, jetzt ist sie, ähm, hier mitten in Fight Ich rette dich Ich rette dich Wut gecaged Ich rette dich Meine Ich wollte ihn nur den Arsch säubern Alter Du Blöde Hure Oh, so knapp Ups Ja, kommst du noch raus? Ich wurde genommen, Norm Das gibt's doch nicht Ja, kommst du noch raus Haha, Base Kill Boah, der hat nen Phage Der sollte weh tun, würde ich mal vermuten Das ist unfair Alter, Soraka Ja Warum zur Hölle kauft er sich eigentlich nen Roa? Äh, der, ja Wer? Soraka mit Roa Achso, ja Jetzt verlieren wir sogar noch den Einturret Ja, du, wir werden sogar das Game verlieren Ne, pass auf keinen Fall Ich war halt eben beschäftigt deinen Arsch vor der, äh Von der Akali zu retten Die Soraka ist einfach nur scheiße wieder Wie kann man nur, wie kann man nur mit Soraka failen? Wie kann man nur suiciden? Das tut vielleicht auf Dauer ein bisschen weh, Genossen Weh? Ich weiß, dass ihr ne Weile braucht mich zu töten Geh mal lieber weg, Alter Dass wir da echt noch verlieren Alter, guck mal, wie ich verrecke Nix da Du verreckst nicht Ja, weil ich auch tausend Tonnen von hier... Ja, genau Da ist ne Akali drin Da ist ne Akali drin Ah, fuck Ich hab's geahnt Da war ne Akali Falls du das sagen wolltest Ja, genau das wollte ich sagen Da war ne Akali Falls du das sagen wolltest Ja, genau das wollte ich sagen Fuck Vom Javan hab ich ein bisschen Angst Weil der auch ein bisschen weh tut im Moment Haha, direkt rausgejumpt Tut der? Ja Lux, 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 lux Da ist sie Ich werd sie versuchen irgendwie zu triggern Ich versuche einen Charakter zu triggern Die will mich... Nice Wie gesagt, ich bin da um deinen Arsch zu säubern Alter, ich... Ich geh jetzt auf diese... Fuck... Fuck Nexus, dann sterben wir echt noch Oh, 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 du bist tot Ulti Ausgerechnet dann nochmal hier Fuck, Alter Das hätten wir aber echt noch verlieren können Nee, auf keinen Fall Die Akali... Die Akali war stark Hätte die Akali noch weiter Items gehabt Die hätte uns locker gekillt Alle Ja, natürlich Das auf jeden Fall Obwohl wir viele...